ProReserve ist Ihr professioneller Dienstleister für den Handel. Wir agieren als Bindeglied zwischen Herstellern, Distributoren und Retailern. Unser neues Logistikzentrum in Gelsenkirchen bietet 17.000 Lagerstellplätze und kann auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern sämtliche Logistikprozesse optimal und sicher abbilden. Das ProReserve Sicherheitskonzept behält Ihre Waren stets im Blick und unsere Mitarbeiter erfüllen Ihre Wünsche mit höchster Qualität in allen Bereichen der Lagerhaltung. Angefangen beim akkuraten Wareneingang mit mobiler Sendungserfassung, mit der wir von Anfang an den Empfang Ihrer Waren zuverlässig dokumentieren, über den effizienten Warenumschlag, dem beleglosen Kommissionieren, dem präzise gesteuerten Versand oder der sensiblen Retourenabwicklung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine Reihe von Value Added Services, wie zum Beispiel das exakte Vermessen Ihrer Artikel auf den Millimeter genau. Oder dem Repacking, mit dem wir Ihre aktuellen Marketingaktionen auch kurzfristig unterstützen. Und im Bereich Co-Packing bzw. Bundling bilden wir nach Ihren Wünschen neue Verkaufseinheiten. Unser Full-Service-Konzept umfasst die Bereiche Logistik, Merchandising und Direct-Jobbing, Administration und Vertrieb sowie E-Commerce. Bundesweit betreuen wir rund 1.000 Outlets in unterschiedlichsten Vertriebskanälen und übernehmen hier unter anderem die bedarfsgerechte Disposition sowie die Regalpflege am Point-of-Sale und weitere Dienstleistungen wie Regel- und Sonderservices bis hin zum Vertrieb. Das gesamte Logistikzentrum arbeitet durchgehend beleglos und wird gesteuert durch ein webbasiertes Warehouse-Management-System. Integrierte Datenschnittstellen zu Kunden, Spediteuren sowie unseren Transport- und Paketdienstleistern sorgen für einen reibungslosen Informationsfluss. Das durch moderne IT-gestützte Verwalten von Chargen, Mindesthaltbarkeitsdaten und Seriennummern rundet unser Portfolio ab. ProReserve ist nach DIN EN 9001 zertifiziert und beschäftigt rund 180 Mitarbeiter sowie 250 Servicekräfte in ganz Europa. In Österreich, Belgien und der Schweiz sind wir mit eigenen Repräsentanzen vertreten. Weitere Infos unter www.proreserve.de